Deutschland-Ticket wird teurer, 58 statt 49 Euro ab 2025. Preisanpassung des Deutschland-Tickets ab 2025. Ab dem Jahr 2022 wird das beliebte Deutschland-Ticket teurer. Statt der bisherigen 49 Euro müssen Nutzer künftig 58 Euro für das Ticket entrichten. Diese Maßnahme ist Teil eines größeren Plans zur Finanzierung öffentlicher Verkehrsmittel in Deutschland. Die Entscheidung zur Preiserhöhung wurde bereits in verschiedenen politischen Gremien diskutiert und scheint unumgänglich, um die steigenden Kosten im Verkehrssektor auszugleichen. Experten haben darauf hingewiesen, dass die gestiegenen Energiekosten sowie höhere tarifliche Forderungen im Verkehrssektor zu dieser Anpassung führen. Auch die Instanthaltungs- und Modernisierungskosten der Infrastruktur seien gestiegen, weshalb eine Anpassung der Ticketpreise notwendig sei. Die Bundesregierung plant, durch diese Maßnahme langfristig die Qualität und Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel zu sichern. Die Preiserhöhung hat bereits einige Diskussionen in der Öffentlichkeit ausgelöst. Viele Nutzer des Deutschland-Tickets äußerten Bedenken, dass die Erhöhung die Attraktivität des Tickets schmälern könnte. In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage sind die Ängste vor weiter steigenden Lebenshaltungskosten nicht unbegründet. Verkehrsexperten argumentieren jedoch, dass die Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr notwendig seien, um auch in Zukunft ein leistungsfähiges System bieten zu können. Zudem wird die Preisanpassung von verschiedenen Fahrgastverbänden kritisch betrachtet, die darauf hinweisen, dass eine solche Erhöhung in einem ohnehin angespannten finanziellen Umfeld zusätzlichen Druck auf die Pendler ausüben könnte. Auch in sozialen Medien machten Nutzer ihrer Unzufriedenheit Luft, indem sie argumentierten, dass eine Erhöhung der Ticketpreise in Zeiten stagnierender Löhne schwer zu akzeptieren sei. Trotz dieser Herausforderungen betonen die Verantwortlichen, dass das Deutschland-Ticket weiterhin eine der kostengünstigsten Optionen für Pendler sein wird, insbesondere im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln wie dem Auto. Die Bundesregierung habe sich verpflichtet, den ÖPNV weiter zu fördern und warb damit, dass die Grundzüge der Finanzierung langfristig gesichert bleiben könnten. Interessierte können darauf hoffen, dass die zusätzlichen Einnahmen aus der Ticketpreiserhöhung in die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs reinvestiert werden. Der Verkehrsminister kündigte an, dass es wichtig sei, die Infrastruktur nachhaltig auszubauen und den Service für die Kunden zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Deutschland-Ticket trotz der bevorstehenden Preisanpassung eine bedeutende Rolle im deutschen Verkehrsnetz spielt. Der Aufruf zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird fortwährend an Bedeutung gewinnen, insbesondere im Kontext des Klimaschutzes und der Reduktion von CO2-Emissionen. Hier ist die Übersetzung des Textes ins Deutsche, Quelle, Informationen aus Ministeriumsverlautbarungen und Presseberichten. Autorin Anita Farke, Montag, 23. September 2024